Nachdenkseiten Die kritische Website Klar sind wir für den Frieden. Doch erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen. Erst müssen wir gewinnen. Von Tobias Riegel Einen Song, der den richtigen Ton zur aktuellen Militarisierung trifft, hat die Hip-Hop-Formation K.I.Z. kürzlich veröffentlicht. Mit angemessenem Sarkasmus werden hier die Phrasen der Kriegstreiber enttarnt. In einer zu weiten Teilen überangepassten Kulturszene sticht das Lied momentan heraus. Der Song Frieden von K.I.Z. trifft einen Ton, der gegenwärtig fehlt. Das Video ist am Ende dieses Textes verlinkt. Die Rapper bringen in der Produktion von Drunken Masters eine angemessene sprachliche Härte zum Ausdruck. Denn das Lied ist kein zartes Friedensgebet, sondern eine über weite Strecken sarkastische Persiflage. Bruder, wir retten Europa und du Pussy gehst zur Seite. Los geht es im Text aber mit ernst gemeinten Zeilen, etwa wenn die Schweigeminute für die 9-11-Opfer umgerechnet wird, in die vielen Minuten, die man folgerichtig Opfern westlicher Politik gedenken müsse, wie der Million tote Irakis durch das Embargo. Vielleicht begannen da meine Mixed Feelings für die NATO. Das schlägt dann schnell um in eine bittere und treffende Überspitzung der aktuellen grün lackierten Verherrlichung der Militarisierung. Jan ist Patriot und Fabian ist Vogue. Ist egal, denn hier im Schützengraben sind wir alle Bros, ey. Lena ist die beste Scharfschütze in ihrer Einheit. Geballte Frauenpower-Boomer werden weggesnipert. Auch die durch die übermächtige Meinungsmache ausgelöste Arroganz vieler Kriegstreiber findet Ausdruck. Bruder, wir retten Europa und du Pussy gehst zur Seite. Auf deiner krassen Antikriegsdemo waren drei Leute. Wir knöpfen dich auf, wenn du feige Sau verhandelst. Der Song hat bei YouTube aktuell etwa 1,6 Millionen Aufrufe. Weitere Infos zu KIZ, zum hier besprochenen Song und zum kommenden Album Görlitzer Park finden sich auf deren Website kiz.com.home, verlinkt innerhalb des Artikels. KIZ sind alte Hasen im Musikgeschäft. Aber das Lied hat trotzdem das Zeug, auch junge Menschen zu erreichen und dabei einige der aktuellen militaristischen Sprachmuster und Heucheleien zu enttarnen. Und das eben in einer Form, die auch Jugendliche bewegt. Einige Zeilen treffen den Punkt, zum Beispiel zur grün-militaristischen Selbstausbeutung und zur Diffamierung der Diplomatie. Los, nimm meine Steuern, denn wir brauchen neue Kampfjets. Wir knöpfen dich auf, wenn du feige Sau verhandelst. Fick mal nicht mal einen Kopf und versuch, Feinde zu verstehen. Bist du Teil der Lösung oder Teil unseres Problems? Mit dieser Zeile könnte die westliche Nachsicht für Phänomene wie dem rechtsextremen ukrainischen Assov-Regiment gemeint sein. Ein paar bei uns sind Nazis, aber lass mal dein Gejammer, denn jeder Werkzeugkasten braucht einen Hammer. Im Refrain wird eine weitere Sprachverdrehung der Kriegsverlängerer aufs Korn genommen. Na klar sind wir für Frieden, doch erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen, erst müssen wir gewinnen. Ich sehe mein Sohn, du bist ein bisschen durcheinander. Von der Lumpen-Pazifisten-Propaganda. Die Produktion von Drunken Masters nutzt abrupte musikalische Wechsel zwischen getragener Melodik einerseits und kantigen Synthesizern und Beats andererseits. Das unterstreicht auch den inhaltlichen Wechsel zwischen den ernsten Zeilen und dem Sarkasmus, beziehungsweise im Refrain zwischen der universellen Botschaft der Friedenssehnsucht und deren sofortiger Brechung mit einer Persiflage auf emotionale Kriegspropaganda. Im Video wird der Gesang Kindern in den Mund gelegt. Erst später treten die Rapper selber in Erscheinung. Das wäre meine einzige Einschränkung. Ich mag es nicht, wenn Erwachsene über Kinder ihre Botschaften transportieren, auch wenn diese Botschaft super ist. Aber das soll ja nicht vertieft werden. Außerdem entwickelt genau dieser Kunstgriff mit den rappenden und kämpfenden Kindern eine große Kraft und einen starken Effekt im Video. Und die sich bekriegenden Kleinen sind möglicherweise eine unheimlich realistische Vorausschau auf kommende, von der aktuellen Kriegshetze manipulierte und enthemmte Generationen. Der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn hat bei YouTube kommentiert, wenn ihr Frieden im EU-Parlament spielen wollt, sagt Bescheid. Ich lade euch gerne ein. Richtet sich der Song auch an die russischen Propagandisten? Meiner Meinung nach ja, selbstverständlich. Auch dort wird die Bevölkerung momentan mit emotionaler Kriegspropaganda und Durchhalteparolen bombardiert, wahrscheinlich noch heftiger als hier. Wenn der Krieg einmal läuft, bleibt keine Seite unbefleckt. Die unverzichtbare Frage für eine moralische Beurteilung ist darum, ob der Krieg von westlicher Seite im Vorfeld hätte verhindert werden können. Bei objektiver Betrachtung der Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs und der geopolitischen Entwicklung der letzten Jahre muss das bejaht werden. Eine gute Stelle finde ich auch diese hier, weil sie die aktuelle Art der Debattenführung vorführt und zusätzlich das Argument, dass unsere Seite wegen der Menschenrechte nun mal leider Kriege anzetteln oder verlängern muss. Ich sehe mal so, du bist ein bisschen durcheinander. Von der Lumpen-Pazifisten-Propaganda. Drück endlich den Abzug, Mann. Wir haben keine Wahl. Oder sind dir Menschenrechte scheißegal? Die Geschmäcker sind verschieden. Mich hat der Song erreicht und auch bewegt. In einer zu weiten Teilen überangepassten Kulturszene sticht das Lied momentan heraus. Doch hören und sehen Sie selbst. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.